Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Den Wolf kennt viele aus verschiedenen Märchen, vor allem als bösen Wolf. Aber wie böse ist dieses Tier wirklich? In diesem Video wollen wir den Wolf näher kennenlernen und die vielfältigen Gemeinsamkeiten zum besten Freund des Menschen, dem Hund, herausfinden. Der Wolf ist ein Rudeltier. In Gruppen leben Wölfe zusammen in einem Revier, das viele hundert Quadratkilometer groß sein kann. Zum Vergleich, ganz Berlin hat eine Fläche von circa 900 Quadratkilometer und wäre damit gerade groß genug, um einem einzigen Wolfshudel von vielleicht acht Tieren Platz zu bieten. Zum Vergleich, für den Mensch reicht diese Fläche, um dort mit 3,5 Millionen Artgenossen zu finden. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.